Ich zeige dir in diesem Video ganz genau, wie du den ersten Einstieg in den Tag Manager bekommst. Du wirst lernen, auf was es zu achten gibt, was ein Tag ist, was ein Trigger ist, wie eine Variable funktioniert. Ich führe dich also einmal komplett hier in dem Video rum und so lernst du ganz einfach den Einstieg in den Google Tag Manager. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Dieses Video ist Teil der Google Tag Manager Playlist. Das ist ein Gratis-Kurs für den Google Tag Manager. Wir werden gleich zusammen uns den Tag Manager angucken. Das heißt, es gibt ein Video. Schritt für Schritt werden wir uns letztendlich durch die Oberfläche vom Tag Manager bewegen. Wenn du weitere Videos zu diesem Thema sehen willst, dann schau einfach die Playlist bzw. such einfach bei meinem Kanal das Thema, was dich interessiert. Was wir gleich machen ist, ich habe einfach mal ein neues Konto erstellt, nehme dich da mit Schritt für Schritt durch, welche Sachen du beachten solltest beim Konto erstellen, welche Einstellungen es dort gibt. Aber wir werden nicht so tief reingehen, dass du auf einmal überhaupt nicht mehr weißt, wo was ist und wieso das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Wir kratzen also so weit an der Oberfläche, dass du es verstehst und dass du mit den nächsten Videos noch weitermachen kannst. Okay, also ich brauche ja hier nicht mehr erklären, wie man letztendlich sich einen Tag Manager Account erstellt. Ich glaube, das ist relativ einfach. Google Tag Manager eingeben, bei Google raufklicken, dann landet man hier, sich anmelden und dann landen wir letztendlich hier in der Oberfläche. Wie wir jetzt einzelne Konten erstellen, ist viel wichtiger, weil die einzelnen Konten bestimmen letztendlich, welchen Container ich habe und was ich damit machen kann. Dazu gehen wir hier oben auf Konto erstellen. So, und dann gibt es für ein Konto zum Beispiel auch verschiedene Container. Das heißt, ich kann mehrere Container für ein Konto erstellen. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe eine Firma und die hat verschiedene Tochterfirmen. Ja, und hier den Namen geben wir dann entsprechend also ein, so wie er ist. Als Beispiel Land ist schon wichtig, dass wir hier Deutschland nehmen. Daten anonym an Google und andere weitergeben. Nee, danke. Google hat so schon genug Daten, brauchen wir jetzt hier nicht noch extra machen. Dann müssen wir dem Ganzen auch noch einen Containernamen geben. Je nachdem, was wir hier für eine Zielplattform haben, würde ich immer empfehlen, im Containernamen das direkt schon reinschreiben. Zum Beispiel Web und dann könnte das sein, als Beispiel. Wenn wir das über eine iOS-App nutzen wollen, dann schreiben wir vorne iOS rein. Wenn wir mehrere Apps haben, kann man nämlich so schnell über den Containernamen das filtern. Ja, ganz wichtig, es gibt auch Google Tag Manager in der Server-Site, im Server-Site-Tracking. Da wird letztendlich das alles auf dem eigenen Server gehostet. Darum soll es jetzt hier in dem Video aber nicht gehen. Wir wählen jetzt einfach nur Web aus und gehen auf Erstellen. Dann haben wir hier ganz interessant die Nutzerbedingung, die interessanterweise, obwohl es nicht viel ist, nicht auf Deutsch verfügbar ist, sondern auf Russisch und auf Spanisch und Portugiesisch. Die Sprache, die man halt unbedingt braucht. Und auch nochmal hier, es ist schon länger nicht mehr geupdatet. Aber ganz klar, das muss man halt bestätigen, weil sonst kommt man hier nicht weiter. Also durchlesen, schauen, ob man damit einverstanden ist, ob man das entsprechend trotzdem nutzen möchte. Wenn wir jetzt hier auf Ja klicken, dann wird das Ganze gespeichert und geladen. Und dann haben wir hier den ersten Teil. Und zwar wird uns angezeigt, wie der Google Tag Manager aussieht, also der Code im Head und für den Body. Und den können wir hier halt direkt kopieren, wenn wir möchten. Wie man den Google Tag Manager installiert, dafür gibt es verschiedene Videos hier auch nochmal in der Playlist, beziehungsweise auf meinem Kanal. Ganz klar und ganz wichtig ist hier, dass man das natürlich als erstes macht, weil ohne funktioniert das nicht. Es gibt natürlich auch viele Plugins. Wenn ich jetzt zum Beispiel Shopware habe, kann ich das über ein Plugin implementieren. Da brauche ich in der Regel nur diese Nummer hier, beziehungsweise dieses Kürzel. So, ja. Und dann wird das entsprechend eingefügt. Und das Plugin fügt das Ganze dann selbstständig auf die Seite ein. Das ist letztendlich einer der wenigen Punkte, wo ich wirklich nochmal einen Programmierer brauche. Sonst brauche ich den tendenziell eher nicht, beziehungsweise wenn ich nochmal einen Data Layer erstellen will. Das kommt aber später nochmal, zur späteren Zeit. Für dich ist jetzt erstmal nur wichtig, diesen Code hier, der muss auf die Seite. Und hier unten ist auch nochmal eine Kurzanleitung im Fall der Fälle. So, dann schauen wir uns mal um. Was gibt es hier alles? Ganz wichtig, das hier oben, dieses DaVinci, beziehungsweise dieser Code, das kannst du ignorieren. Das habe nur ich, weil ich hier ein Plugin habe. Also nicht wundern, wenn du das nicht siehst. So, wir haben einmal die Einstellungen hier oben, wenn wir auf Verwaltung gehen. Und wir sehen hier die Kontoeinstellungen, wo ich auch Nutzer hinzufügen kann, wo ich mir die Aktivität angucken kann, wann was passiert ist. Und dann habe ich die einzelnen Container. Ich kann jetzt hier auf Plus gehen und kann auch einen weiteren Container, zum Beispiel für Android, erstellen, wenn ich das möchte. Dann habe ich ganz normal die Containereinstellungen. Das ist das, was wir hier letztendlich definiert haben. Den Google Tag Manager installieren, das kennen wir schon. Das haben wir uns ja gerade angeguckt. Das ist nur diese Übersicht. Wir haben hier auch eine Nutzerverwaltung. Sprich, wenn ich hier später weitere User einladen möchte, dann kann ich das machen. Und haben auch eine Container- bzw. Kontoaktivität. Wir sehen hier, wann wer was geändert hat. Dann können wir auch Container importieren und exportieren. Das ist auch ganz praktisch. Wenn man zum Beispiel einen Umzug macht oder zehn gleiche Seiten erstellt und dann einmal das Tracking eingerichtet hat, dann kann ich hier den Container exportieren und neun weitere Male importieren. Ich kann externe Konten auch verlinken. Da gibt es jetzt hier keine. Das ist auch für den Normalo, sage ich mal, jetzt nicht wichtig. Warteschlange für Freigaben. Ja, also generell muss man wissen, der Google Tag Manager funktioniert ja so, dass der Google Tag Manager immer auf dem Quellcode auf der Seite implementiert wird und dann letztendlich über diese Web-Oberfläche den Code, den wir indizieren möchten, auf die Seite dort letztendlich abrufbar bzw. einfügt. Und durch die einfache Oberfläche können wir das halt wesentlich besser verwalten und auch wesentlich schneller und einfacher und sauberer. Und jetzt ist das so, dass ich kann hier natürlich ganz viel meiner Einstellung machen und dann ist das aber noch nicht sofort auf der Seite selbst vorhanden. Ja, also es wird noch nicht direkt auf die Seite veröffentlicht. Ich kann hier also verschiedene Freigabenprozesse starten. Das heißt, ganz viele Leute haben jetzt beispielsweise hier in diesem Account gearbeitet, an dem Container und möchten ihre Änderungen entsprechend hochladen. Aber das kann ich in der rechte Verwaltung auch entsprechend so einstellen, dass das nicht jeder kann. Ja, wenn wir uns das mal kurz hier anschauen. Wir gehen hier nochmal auf Nutzerverwaltung. Dann auf Plus, Nutzer hinzufügen. Wir sehen hier, es gibt Lesen. Ja, da kann jemand nur lesen. Es gibt Bearbeiten. Da kann er die halt bearbeiten. Es gibt welche, die können das freigeben. Ja, die können sagen, ist okay. Und es gibt, das ist sozusagen Admin. Ja, die können halt entsprechend dann die Bearbeitung auch veröffentlichen. Das ist ganz wichtig, dass es diese verschiedenen Funktionen gibt, weil ich natürlich auch theoretisch Sachen ganz schnell kaputt machen kann. Ja, was sehr, sehr sensibel ist. Ich kann theoretisch Schadcode auch initiieren auf die Seite. Und deswegen sollten nur gewisse Personen veröffentlichen dürfen, sodass da auch kein Stress entsteht. Und entsprechend gibt es hier halt die Warteschlange für die Freigaben. Die werden dann hier aufgelistet. Und ich hatte schon viele Projekte, wo dann beispielsweise noch alte User da hinzugefügt wurden oder hinzugefügt waren. Und die hatten dann noch die falschen Berechtigungen. Dann hat irgendwann einer mal aus Versehen was gelöscht. Dann ging das Tracking nicht mehr und der war eigentlich ein ganzes Jahr lang nicht mehr in diesem Projekt beteiligt. Also das hat schon seinen großen Sinn und da sollte man wirklich überlegen, wer sollte was können, ja, dürfen. Dann gibt es halt noch die Umgebung. Ja, das sind die Versionen, die Arbeitsbereiche. Sind in der Regel live und die neueste. Kann man hier auch entsprechend abrufen bzw. zurücksetzen. ist jetzt für unseren Einstieg in den Tag Manager noch nicht wichtig. Und es gibt hier Container Benachrichtigungen. Das kann ich auch machen, dass ich zum Beispiel sage, ihr E-Mail an mich, wenn Folgendes passiert. Eine Version wird veröffentlicht. Da kann ich zum Beispiel sagen, möchte ich immer eine E-Mail bekommen. Eine neue Version wurde erstellt, jedoch nicht veröffentlicht. Das kann ich zum Beispiel auch auswählen, dass ich dann immer eine Nachricht bekomme, wenn hier dran gearbeitet wird. Ich habe gerade ein anderes Projekt. Da wird auch viel am Tag Manager gearbeitet. Teils wurden da auch Sachen gemacht, die da nicht gemacht werden sollten. Und da war das ganz gut, weil da die Benachrichtigung aktiv war. Da habe ich das dann direkt gesehen und konnte dann schnell eingreifen und agieren. Und so Schlimmeres, in Anführungsstrichen Schlimmeres verhindern. Letztendlich war das einfach ein Hotjar-Plugin, was implementiert wurde. Das war aber falsch. Das hätte dann einfach nicht funktioniert. Und da klang jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer. Dann gibt es noch die Versionsübersicht, den Versionsverlauf. Das heißt, mit jeder Veröffentlichung, die ich mache, gibt es eine neue Version. So kann ich auch verschiedene Versionen mir anschauen, gucken, was dort geändert wurde und auch nachvollziehen, was wann auf der Webseite letztendlich aktiv geschalten wurde. Zum Beispiel gibt es eine Version, da wurde das Google Analytics Tracking eingerichtet. Dann gibt es eine neue Version, da wurde dann Facebook eingerichtet. Und dann kann ich mir letztendlich auch nochmal den, relativ einfach, ohne wie gesagt immer an den Quellcode zu gehen, eine Version davor wieder aufrufen, schauen, was da gemacht wurde, beziehungsweise den Tag Manager auf diese Version zurückstellen. Für die meisten ist Version und Verwaltung aber nicht spannend, nicht wichtig. So, dann gibt es hier diesen Arbeitsbereich. Ich kann hier auch verschiedene Arbeitsbereiche erstellen. Das heißt, es können parallel mehrere Menschen an verschiedenen Arbeitsbereichen arbeiten. Das ist dann sinnvoll, wenn man parallel arbeitet an dem Account oder eine Sandbox hat, wo man Sachen ausprobiert, ohne letztendlich den Default-Workspace zu bearbeiten. Man fuscht sich also dann nicht gegenseitig rein. Hier haben wir halt auch nochmal die Funktionen. Letztendlich, was sehen wir hier? Das ist unsere wichtige Übersicht. Wir haben hier einmal Änderungen im Arbeitsbereich. Dann kann man einfach nochmal nachvollziehen, wann was gemacht wurde. Wir haben hier den Aktivitätsverlauf. Dann können wir uns ja auch nochmal aufrufen. Da sieht man, okay, wann wurde was hier erstellt. Das hatten wir ja in der Verwaltung auch schon gesehen. Das ist, glaube ich, also relativ einfach. Ich kann hier auch noch eine Beschreibung hinzufügen, dass ich den Arbeitsbereich einfach nochmal beschreibe. Was ist hier in diesem Arbeitsbereich zu finden? Nur bei ganz, ganz wenigen Projekten lohnt sich das auch, wirklich hier das auszufüllen. Das macht halt einfach ein bisschen mehr Arbeit. In ganz vielen Projekten ist das so, da muss der Tag Manager einfach einmal eingerichtet werden, das Tracking darüber einmal eingerichtet werden. Und dann wird das in der Regel auch in Ruhe gelassen. Es gibt aber auch Projekte, die sehr, sehr, sehr umfangreich sind. Also wirklich, wirklich umfangreich, wo man dann auch mehrere Monate dran sitzt. Da kann das dann sinnvoll sein, je nachdem, wie die Konstellation in der Firma ist, dass man hier die Arbeitsbereiche beispielsweise beschreibt. So, das dazu. Dann schauen wir uns doch mal an, hier auf der linken Seite, beziehungsweise hier, was es hier alles gibt. Es gibt einmal Tags, es gibt Trigger, es gibt Variablen, es gibt Ordner und es gibt Vorlagen. Wir werden uns jetzt hier am Anfang erstmal mit den Tags, Trigger und mit den Variablen beschäftigen, weil das sind die drei wichtigsten Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man den Einstieg in den Tag Manager sucht. Später in der anderen Advanced Playlist werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen, wo es um das Thema Ordner und Vorlagen geht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Gehen wir mal in die Tags rein. Die Tags sind letztendlich das, was ich dann feuern möchte. Ja, das heißt zum Beispiel, ich möchte den Facebook Pixel feuern. Das ist also der Facebook Pixel Tag. Ich kann ihn, wenn ich hier oben auf Neu gehe, kann ich ihn erstellen. Das heißt, ich würde ihn zum Beispiel nennen und kann hier die Konfiguration einstellen. So. Es gibt hier schon ganz, ganz viele Standard Tags. Ganz, ganz viele. Also auch sicherlich, das sind alles Tools, die verschiedene Tags bereitstellen. Ich gehe davon aus, ganz viele von denen wirst du gar nicht kennen. Ja, ich selbst kenne auch nicht alle, ehrlicherweise. Es gibt einen Quora Pixel. Den Pinterest Tag. Ja, also wenn ich das Tracking für Pinterest machen möchte. Bing. Was haben wir hier noch? LinkedIn. Klassiker. Hotjar. Hatte ich vorhin schon gesagt. Google Analytics klassisch. Alter sollte man nicht mehr benutzen. Hier für Google Flüge. Sehr individuelle Sachen. Und was einem auffällt, was dir jetzt glaube ich auch aufgefallen ist, irgendwie fehlt hier Facebook. Obwohl Facebook doch einer der größten Unternehmen ist und sicherlich vom Marktwert und von der Größe summiert, die meisten dieser Unternehmen immer noch schlägt, was die Größe angeht. Aber das ist, denke ich, Googles kleine Rache gegen Facebook. Es gibt hier halt kein Standard Tag für Facebook leider. Ich müsste dann jetzt also hier ein benutzerdefiniertes HTML auswählen und würde dann hier den Facebook Tag einfach hinzufügen. Wir können aber auch sagen, möchten den Google Analytics Tag feuern. Dann gehen wir hier wieder rauf, gehen hier auf Bearbeiten und wählen hier Google Analytics Universal Analytics aus. Es gibt jetzt auch das neue Google Analytics 4. Ja, ist aber noch Beta. Von daher würde ich da eher aufpassen. Dann gehen wir hier rauf und dann können wir diesen Tag konfigurieren. Dadurch, dass das ein Standard Tag ist, der schon vorgefertigt ist, haben wir schon eine Standard Konfiguration. Also wir können hier sagen, was soll hier passieren? Soll hier ein Seitenaufruf gefeuert werden, ein Ereignis, eine Transaktion? Ja, klassischerweise würden wir jetzt erstmal einen Seitenaufruf nehmen und dann können wir hier eine neue Variable, die wir uns noch angucken, hinzufügen und entsprechend dann die Analytics Einstellung aus dieser Variable nehmen. Das Interessante ist, ich richte sozusagen einmal diese Variable ein und kann dann in allen verschiedenen Tags immer wieder auf diese gewissen Variablen zugreifen. Dann gibt es hier noch die erweiterten Einstellungen. Die ändern sich auch, je nachdem, was für einen Standard Tag ich hier benutze. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Fox Matrix, kenne ich nicht. Hier haben wir ganz andere Standardwerte drin. Ja, auch erweiterte Einstellungen sind auch nochmal ein bisschen anders. Ja, ich kann hier auch nochmal sagen, in welcher Reihenfolge das ausgelöst werden soll. Aber hier würde ich dann letztendlich in Fox Matrix kriege ich sicherlich eine ID. Die würde ich hier dann eintragen und dann ist das entsprechend sauber hinterlegt. Das ist also der Tag selbst. Ja, und davon gibt es verschiedene. Dann hatten wir hier gesehen, es gibt noch Trigger. Was sind jetzt also die Trigger? Die Trigger sind das, was auf der Webseite passieren soll, dass dieser Tag ausgelöst wird. Das könnte zum Beispiel sein bei dem Aufruf der Seite. Also ich gehe mal hier auf Neu. Aufrufseite und gehe in die Konfiguration rein und sage hier, hier gibt es auch wieder verschiedene Typen. Ich kann hier auch benutzerdefinierte Typen auswählen. Ich kann hier Timer, also das erst nach einer gewissen Zeit, was ausgelöst wird. Ich kann die Scrolltiefe direkt nehmen. Ich kann YouTube-Video-Tracking machen, Formular senden, Link-Klicks. Ich kann hier verschiedene Sachen direkt schon auswählen. Wie gesagt, wir würden jetzt sagen, okay, wir möchten den Google Analytics Tag, den wir erstellt haben, feuern, wenn die Seite aufgerufen wird. Jetzt könnte ich hier beispielsweise sagen, einige Seiten aufrufe, außer enthält nicht, außer zum Beispiel auf der URL. Also wir stellen uns jetzt vor, du möchtest deine komplette Webseite tracken über Google Analytics, aber du hast eine URL, da sind sensible Informationen, werden da eingeben, und du möchtest nicht, dass Analytics diese Informationen mittrackt. Also als Beispiel, da soll jemand seine persönlichen Daten eintragen, und du sagst, naja, nee, das ist mir zu unsicher, Google Analytics kann alles tracken, aber die Seite soll Analytics nicht tracken, weil der User soll sich da sehr sicher fühlen. Dann kann ich hier letztendlich sagen, führe bitte den Seitenaufruf überall aus, außer dort halt, wo letztendlich die Page-URL sensible Informationen als URL hat. Bei dir heißt es dann vielleicht irgendwie Anfrage oder deine Daten oder was auch immer. Ich kann das hier also entsprechend nochmal verhindern. Ja, sonst kann ich natürlich auch sagen, alle Seitenaufrufe, das heißt, egal wo der Google Tag Manager Snippet geladen wird, passiert dann das, der wird geladen, es wird ein Seitenaufruf festgestellt, und dann sagt dieser Oh, speichern wir mal. Dann sagt dieser Trigger, Hallo, ich bin gerade aktiviert worden, und dann können wir diesen Trigger zuordnen zu einem Tag und könnten jetzt nämlich im zweiten Schritt sagen, naja, wenn du ausgelöst wirst, dann mach bitte folgendes, dann bitte in Google Analytics unter den Einstellungen einen Seitenaufruf werten. Ja, das heißt also, wir haben hier, den Trigger können wir dann hier hinzufügen, können wir sagen, also All Pages gibt es auch schon, aber haben wir nochmal extra erstellt. Bitte hier den Seitenaufruf als Trigger auslösen, beziehungsweise als Trigger nehmen. Das heißt, es wird ein Seitenaufruf festgestellt vom Tag Manager, und der Tag Manager sagt Google Analytics, hey, hier ist gerade ein Seitenaufruf, den haben wir ja hier festgestellt, entstanden, und Google Analytics wird dann entsprechend diesen Seitenaufruf darstellen. Ja, jetzt könnten wir hier auch sagen, wir konfigurieren das um für Facebook, dann würden wir jetzt hier den Facebook Pixel hinzufügen, und das würde letztendlich heißen, jedes Mal, wenn eine Seite aufgerufen wird, wird der Facebook Pixel angesteuert, beziehungsweise ausgelöst. Ja, das ist also die Logik dahinter, hinter den Triggern, und es gibt, wie du gesehen hast, noch ganz viele weitere. Dann haben wir hier noch Variablen. Variablen sind fest definierte Typen, die halt dann immer genutzt werden können. Das heißt, ich kann hier eine Variable konfigurieren und zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine Container-ID immer definieren. Ich könnte hier ein benutzerdefiniertes Ereignis festlegen. Das würde ich jetzt, genau, das können wir so umbenennen. So, jetzt haben wir das benutzerdefinierte Ereignis angelegt und ähnlich wie die integrierten Variablen, hiervon gibt es im Übrigen noch mehr, wenn wir auf Konfigurieren gehen, können wir die letztendlich hier uns alle anzeigen lassen. für die Videos, ja, was da übergeben werden soll, Sichtbarkeit, so, dann können die halt automatisch ausgewählt werden. Ich kann hier zum Beispiel in die Container-ID reingehen und die kann ich jetzt hier nicht mehr ändern, weil es die Standardvariable ist. Und bei den Triggern hatten wir ja gesehen, wenn ich hier reingehe, einige Seitenaufrufe enthält. Jetzt habe ich hier die ganzen verschiedenen Trigger-Variablen und die sind klar definiert. Ja, also zum Beispiel könnte man hier Form-URL, ja, also wenn das Formular eine bestimmte URL enthält, dann soll dieser Seitenaufruf nur abgefeuert werden. So, ganz am Ende, wenn ich das Ganze letztendlich hochladen möchte, habe ich vorher nochmal die Möglichkeit, mir das Ganze in einer Vorschau anzusehen. Da kann ich also nachprüfen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ja, das werden wir jetzt hier mal nicht machen. Das kommt dann in einem späteren Video. Wir können jetzt hier auf Senden gehen. Das ist nämlich der letzte Schritt. Wir sehen hier auch nochmal die verschiedenen Sachen, die jetzt getan wurden in diesem Arbeitsbereich und können sagen, entweder wollen wir nur eine Version erstellen oder wir wollen die Version veröffentlichen und erstellen. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, dann habe ich also hier noch eine Versionsbeschreibung und kann entsprechend später noch genau gucken, okay, was wurde hier gemacht. Das ist nicht zwingend notwendig. Es gibt wenig Projekte, wo ich das auch so ausfülle, weil häufig ist klar, was da gemacht wurde. Ich meine, wenn ich daran arbeite, sehe ich ja den Änderungsverlauf. Aber wenn mehrere oder bei größeren Projekten ist das dann schon sinnvoll, macht aber natürlich auch Arbeit, weil es letztendlich eine Dokumentationsarbeit ist. Und dann gehe ich hier oben auf Veröffentlichen und dann ist das Ganze veröffentlicht und ich habe hier nochmal die Zusammenfassung, was jetzt hier alles gemacht wurde. Da zeigt es mir auch nochmal die Uhrzeit und ich kann ganz genau nachvollziehen, was gemacht wurde. Und wenn wir jetzt mal hier auf Version gehen, dann sehen wir jetzt hier auch Version 1. Ja, die ist auch live, ist die neueste. Sie wurde heute erstellt und heute veröffentlicht und hat den Namen Google Analytics Setup. Wenn ich da raufgehe, sehe ich auch nochmal ganz genau, was hier passiert ist. Ja, ich hoffe, das hilft erstmal, um sich beim Tag Manager zurechtzufinden. In den nächsten Videos zum Google Tag Manager in der Playlist wird das natürlich nochmal ein bisschen granularer und feinteiliger und direkt mit echten Beispielen untermalt. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Wie gesagt, das ist Teil einer Playlist. Wenn du meinst, dieses Video könnte für jemand anders interessant sein, dann teile gerne das Video mit ihm oder ihr. Ich freue mich da natürlich. Und sonst kann ich dir nur empfehlen, dass du den Kanal abonnierst. Da gibt es unten den Button dafür mit der Glocke, weil dann verpasst du nicht das nächste Video, was im Rahmen dieser Playlist hier veröffentlicht wird bzw. wurde, je nachdem, wann du das Video guckst. Und sonst wünsche ich dir noch viel Erfolg und viel Spaß auf meinem Kanal.